Popcorn oder Nachos? Nachos. Anzug oder Casual? Casual. Drei Dinge für einen perfekten Sonntag? Sonntagsbrötchen mit dem Hund und der Familie rausgehen und danach einen heißen Tee. Print oder digital? Print. Welchen Promis folgen Sie auf Twitter? Paul Rübke. Bei welchem Song singen Sie unter der Dusche mit? ACDC, Thunderbird. Ihr Blick, wenn Sie die Wahl gewinnen. Um... Musik 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 Musik